Und zugeschaltet aus Tiflis, der georgische Staatspräsident Michael Saakashvili. Russland will Georgien übernehmen, befürchtet er. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die stellt ihre Frage an den Staatspräsidenten Georgiens, an Michael Saakashvili, der uns jetzt live aus Tiflis zugeschaltet ist. Herr Saakashvili, ich hoffe, Sie können uns verstehen. Die Leitung steht erst seit einer Minute. Sie wären gerne zu dieser Sendung hier heute nach Berlin gereist und wäre am Montag auch gerne nach Brüssel gefahren. Warum konnten Sie das nicht tun? Nun, ich denke, der Brüsseler Gipfel ist ja ein interner europäischer Gipfel. Und ich vertraue auf die Weisheit der politischen Führer Europas, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Was wir nach dem Gipfel organisieren wollen und versuchen wollen, ist, sie zu bewegen, nach Georgien zu kommen und über Georgiens Wiederaufbau zu sprechen, sobald die Entscheidungen in Brüssel gefallen sind. Ich freue mich sehr, hier zugeschaltet zu sein. Ich konnte leider nicht ins Studio kommen. Ich liebe Berlin, aber ich denke, der georgische Präsident sollte in dieser schwierigen Situation in Georgien bleiben. Nun hat Russland die beiden Abtoni-Regionen anerkannt. Warum haben Sie, Herr Saakashvili, es eigentlich zuvor nicht geschafft, sowohl die Süd-Ossetien als auch die Abrasen davon zu überzeugen, dass es besser ist, zu Georgien zu gehören? Ich denke, das ist ja eine falsche Frage, weil sie nicht den Kontext berücksichtigt. Wer ist denn die Bevölkerung Süd-Ossetiens und Abrasiens? Während wir hier miteinander sprechen, werden die letzten Menschen dort vertrieben, die zu Georgien gehören wollten. Und das war ja ursprünglich eine ethnisch gemischte Bevölkerung. Die meisten sind ja ethnische Osseten und die russischen Panzer haben sie alle vertrieben, auch die ethnischen Osseten. Und jetzt will natürlich niemand mehr in Süd-Osseten zu Georgien gehören, weil die, die dazu gehören wollten, vertrieben wurden. Die russischen Panzer haben sie einfach vertrieben. Aus Abrasien haben die russischen Panzer fast 500.000 Menschen vertrieben. Über 80% der Bevölkerung Abrasiens wurde vertrieben. Die Welt hat darauf nicht reagiert. Das ist eine der vergessensten ethnischen Säuberungen des 20. Jahrhunderts. Das ist ja noch schlimmer als im Balkan teilweise. Niemand hat sich darum gekümmert. Jetzt fragen Sie mich, warum die anderen nicht zu Georgien gehören wollen. Nun, Sie haben unter russischer Propaganda, unter russischer Isolierung gelebt und die Kriegspropaganda hat Sie jahrelang behargt. Wie können wir denn jetzt dort einen Dialog schaffen, wenn in Srinwali alles von den Russen kontrolliert wird? Herr Sackers-Willi, Sie haben, wenn ich nochmal dazwischen gehen darf, Herr Sackers-Willi, wie können wir denn jetzt, wenn eine 100 Kilometer Pufferzone eingerichtet wurde zwischen der abrasischen Grenze und uns, die vom russischen Militär kontrolliert wird? Das ist also die falsche Frage. Das Volk von Abrasien, von Südostetien, ist doch vertrieben worden, mehrheitlich. Sie haben auf jeden Fall zu einer militärischen Aktion gegriffen am 8. August, so viel ist klar, und haben damit, so sieht das der eine oder andere Kommentator, auch in der Welt, in der westlichen Welt, damit Moskau provoziert. Denken Sie, dass Sie das weiter tun werden, dass Sie das wieder tun werden? Auch das ist wieder eine falsche Frage, weil es wird ja immer behauptet, wir hätten Russland provoziert, aber wir sind doch das Opfer der Aggression, sind wir jetzt das Opfer, weil wir provoziert haben? Nun, Präsident Putin hat mich schon im Herbst 2006 mit Krieg bedroht, als er gesagt hat, als er mit einem nordzypriotischen Szenario bedroht hat. Russland hat uns mehrfach provoziert, angegriffen, hat einen militärischen Aufmarsch organisiert über das gesamte vergangene Jahr. Sie haben Truppen nach Abkhazien geschafft, Panzer in Stellung gebracht, sie haben mehrere Basen eröffnet, auch für die Vorbereitung ihrer Flottenmanöver. Sie haben russische Generäle, russische Truppen, russische Berater nach Abkhazien verbracht und dort und in Süd-Ossetien Basen aufgebaut. Also das Ganze hat doch nicht im August begonnen, sondern wurde lange vorbereitet. Ich habe hier zum Beispiel Pässe, die die russischen Truppen mit sich gebracht haben. Wir haben das konfisziert am ersten Tag, dem 8. August. Das sind vorbereitete Pässe, die für georgische Bürger in den befraglichen Territorien, die aber vordatiert sind auf 2004, 2005. Das zeigt doch, wie dieser Einmarsch vorbereitet wurde. Es gab 48 russische Journalisten, die mehrere Tage vor dem Ausbruch der Kämpfe bereits dort zugegen waren und eine Evakuierung begleitet haben. Die Tatsache, dass viele tausend russische Soldaten und Panzer nach Süd-Ossetien und nach Abkhazien eingedrungen sind, weitere 500 Panzer waren bereits dort in Stellung, zeigt doch, dass dies lange vorbereitet wurde. Das war eine sehr wohl geplante Aggression. Niemand kann das doch behaupten, das sei nicht der Fall. Es ist nicht klar, dass eine solche Invasion, eine solche Einmarsch nicht über Nacht geplant werden kann und durch russische, durch georgische Truppen provoziert werden kann. Das ist doch einfach nicht korrekt, das Opfer jetzt anzuklagen und dem Opfer zu sagen, es sei schuld, weil das provoziert haben. Ich habe hier viele Artikel vor mir und die sagen, dass Russland einmarschiert ist und selbst diejenigen, die sagen, die jetzt bitte nicht weiter zitieren, diese Sendung zeichnet sich dadurch aus. Sie sagen doch, dass hier einfach nur die Aggression gerechtfertigt werden soll. Lieber Herr Sackasch-Willi, Sie müssen die jetzt nicht weiter zitieren. Diese Sendung zeichnet sich dadurch aus, dass sie gegebenenfalls provokante Fragen stellt, aber eben nicht provokante Antworten zu geben. Und genau eine solche provokante Frage möchte ich mit Ihrem Einverständnis jetzt auch auf einem Russen stellen. Ich weiß doch, Sie müssen mir doch nicht erzählen, wie Journalismus funktioniert. Mir sind sehr viele provozierende Fragen schon gestellt worden in Georgien. Ich bin daran gewöhnt. Also ich werde da nicht nervös. Wir haben hier kein russisches Fernsehen, sondern wir haben kritische Journalisten, die uns auch kritische Fragen stellen. Dann lehnen wir uns doch jetzt einfach entspannt zurück.